Hallo, was geht's? Hier ist der Herr Whirlin. Schaut euch mal an, was ich hier für einen tollen Shit gemacht habe. Es ist natürlich hell geworden, ich bin hier schön rausspaziert, habe hier schon ein bisschen gebaut, habe dann festgestellt, dass meine Aufnahme total für den Arsch ist und nehme jetzt hier weiter auf. Wir haben ein ganz dickes Problem, ihr seht, ich habe ein halbes Herz, hier in der Brust, nicht, sondern in Minecraft und wir brauchen Essen. Ich habe jetzt hier vier Raw Chicken, das reicht jetzt vielleicht, um die Nacht zu überleben, aber nicht für sonstige Machenschaften. Wir nehmen uns ein bisschen Kohle mit, damit wir genug Beleuchtung haben, mit Fackles. Oh mein Gott, es wird schon dunkel, ich fasse das nicht. Letzte Aufnahme, Ende, war einfach die Dunkelheit und jetzt wird es einfach direkt wieder. Okay, das reicht jetzt erstmal. Also hier die ganze Umgebung, ich bin hier schon alles abgelaufen, nur Schafe, nur kleine, Gottverdammte, kleine Piss-Schafe, aber nichts, keine Kühe, nichts. Hier ein bisschen Fleisch oder sowas, ne, ne. Also hier nochmal vielleicht ein kleines Lob, vielleicht, als Kommentar, wenn ihr hier das Häuschen auch so toll findet. Dach kommt noch. So, das schmeißen wir mal in den Öfen. Die 4 Raw Chicken, damit ich was esse. Ja, und ein Ding wäre eigentlich nicht schlecht gewesen. Scheiße, schauen wir das noch, bevor es ganz dunkel ist. Boah, schauen wir nicht mehr. Ich brauche nur ein bisschen Holz, damit ich mir eine Tür machen kann. Aber die Luft sieht rein aus, hoffentlich. Ist es keine optische Täuschung. So, an der Stelle nochmal ein herzliches Dank an Killer. Er hat mein Video tatsächlich gesehen und wir haben jetzt schon eine dicke Aufnahmesession hinter uns. Mit Neter. Echt geiles Spiel. Es ist sehr hart zu überleben. Aber wir haben schon was ganz tolles gefunden. Mit Gegenende der Aufnahmesession kommen. Aber ich glaube, Folge 7, Folge 8. Haben wir was ganz tolles gefunden. So, dann machen wir mal schnell eine Tür, damit wir hier keinen unerwünschten Besuch bekommen. Ja, so ist es doch schön, oder? So, Fleisch ist auch fertig. Hoffentlich reicht das überhaupt. Ach du Scheiße, sag bloß, es reicht nicht. Ah doch, es reicht. Also zumindest für heute Nacht haben wir unsere Ruhe. Das basteln wir heute in dieser wunderschönen Nacht. Schaut euch mal diesen Vollmond an, die Sterne. Ich bin nicht gerade erschrocken, aber der Rufen ist aber noch ausgegangen. Ist die Kohle leer? Ne, Kohle ist da. Okay. Wir machen jetzt mal das Unwichtige hier in die Truhe hinein. Ein bisschen Holz nehmen wir mit. Wolle brauchen wir nicht. Fackeln sind okay. Schwert haben wir auch. So. Okay, dann versuchen wir mal. Oh, Skeleton. Versuchen wir jetzt mal schnell in die Mine zu gelangen. Na, was geht's, Skeleton? Was geht's? So, dann buddeln wir mal. Und unterhalten uns über... Die Haltung von Meerschweinchen. Was könnt ihr mir dazu sagen? Wie hält man sie am besten? Wo kauft man sie am besten? Welche halten besonders lang? Wie was könnte man noch reden? Während man hier in seine Hülle schön vor sich hin buddelt. Und ein bisschen Kohle fahren. Aber Kohle ist auch schön. Schaut mal hin. Unser Level steigt und steigt. Und noch tiefer. Immer, immer tiefer. In den Abgrund. Ich finde, es sollte in Minecraft eine Hölle geben, auf jeden Fall. Ne, man buddelt sich immer weiter nach unten. Und unten ist... So wie der... Ja gut, es gibt's ja schon im Neta im Prinzip. Aber man sollte es durch Runterbuddeln erreichen, finde ich. Also der Neta sollte eigentlich unterirdisch sein, finde ich. Das würde dann der Hölle gleich kommen. Genauso wie es... Genau... Ein Gegenteil des Netas geben sollte. Nämlich den Himmel. Und das ist dann einfach, wenn man sich hochstackt. Und dann, was sie sich auf... Auf Klotz 200 oder sowas fängt dann an, dass man auf... Wolkenartigen Klötzen dann einfach rumlaufen kann. Und dass da Schlösser sind und so weiter. Und Engel umherfliegen. Und so weiter. Gibt's bei euch auch Dinge, die euch einfach extrem nerven. Was zum Beispiel aktuell im Fernsehen läuft, ist ja... Dschungelcamp unter anderem. Da gibt's auch noch so Dauer... Dauersendungen, wie... Alles mögliche Scheißdreck, was auf RTL läuft. Also... Einsatz in vier Wänden mit Tine Wittler. Walross räumt bei ihm zu Hause auf. Dann, was weiß ich, Familienbrennpunkt. Das ist extrem schlimm. Und... Dann natürlich auch Dschungelcamp. Und... Was haltet ihr davon, dass so viel Mist auf einmal... Also wirklich komprimierte Scheiße im deutschen Fernseher ausgestrahlt wird. Ähm... Ich weiß nicht. Es gibt... Das Erschreckende ist ja... Ne, man kann ja Müll produzieren. Ne, ich kann jetzt hier auch eine Scheißfolge machen. Guckt sich dann keine Sau an. Hätte dann auch dementsprechend keine große Wirkung auf die Gesellschaft. Wenn es halt keiner sieht, ne. Da ist es aber leider so, es ist einfach Müll. Es ist wirklich Müll. Und es gucken extrem viele. Und da fragt man sich natürlich, äh... Warum? Was... Was sind das für Leute? Warum guckt man sich sowas an? Ich mein, Dschungelcamp kann man vielleicht noch einigermaßen verstehen. So diese Neugierde. Dass, äh... Ja, und... Ne, das sind ja immer diese ekelhaften Prüfungen. Und da fragt man sich natürlich immer, wer gewählt wird. Und, äh... Und macht das. Und Sterne holen. Dieses Competition. Essenfarben und so weiter. Das ist ja wie so ein kleiner, mini-künstlicher Überlebens... Äh... Eine Überlebenssendung. Natürlich alles gefakt, aber trotzdem. Es könnte natürlich der Eindruck entstehen, als ob es echt wäre. Und deswegen habe ich da halbwegs Verständnis. Aber alle Leute, die Familie Brennburg gucken, sorry. Mit euch stimmt irgendwas nicht. Irgendwie mal Entertainment Brothers intern, äh... Eine Seelsorge. Ah, ne. Seelsorge gibt es ja schon auf YouTube. Aber sowas ähnliches. Ne? So. So der Damian-mäßig oder sowas. Ne? Was im Fernsehen da läuft. Ist doch auch so ein Seelsorger, der sich um andere kümmert. Als falls ihr süchtig seid nach solchen Sendungen. Könnt ihr euch gerne bewerben. Killer. Und ich helfe euch sehr gerne bei diesen Arzt von Problemen. Und, äh... Zurzeit habe ich, äh... Jetzt hier ein ganz anderes Problem. Ich, äh... Find hier keine Höhle. Normalerweise finde ich, äh... Nach, äh... Ja. Nach relativ kurzer Zeit ist vielleicht übertrieben, aber nach, äh... Ja. So nach 10 Minuten stoße ich normalerweise auf einen Höhlenarm. Aber das kommt natürlich immer drauf an, in welche Richtung man buddelt. Ob das zufällig die richtige Richtung ist. Und bis jetzt hatte ich immer sehr viel Glück gehabt. Da bräuchte ich nicht. Aber dafür haben wir ja schöne Gesprächsthemen. Müll im Fernsehen. Was gibt es noch Schönes? Reden wir mal davon, was es Interessantes im Fernsehen gibt. Weil, äh... Das ist vielleicht viel interessanter, weil das vielleicht nicht so oft vorkommt. Was ich persönlich sehr gerne schaue. Bringt leider auch ein Schlafrhythmusse sehr durcheinander, weil das halt oftmals auch nachts läuft. Sind interessante Dokumentationen bei NTV N24. Das letzte Mal als Killer bei mir zu Besuch waren, wie zum Beispiel. Ähm... Ich weiß nicht, ob es N24 oder NTV war. Da ging es auf jeden Fall darum, dass die Menschen den Mars erforschen mit diesen kleinen Robotern. und da hat man halt dieses, äh... Forscherteam schön verfolgen können, wie die ihre Autos lenken. Dieses, äh... Ja, man kann es sich vielleicht jetzt grob so vorstellen, als ob man so eine Fernsteuerdinge in der Hand hat und man, äh... steuert dieses Auto. Da sind überall Kameras dran, äh... gewisse Sensorik, die... äh... wie ein Gamepad oder sowas, geradeaus fahren. Da braucht diese Information geradeaus fahren, also die Übermittlung der Information, ich weiß nicht, ob das per Funk oder wie das auch immer funktioniert, ähm... eine halbe Stunde oder so, auf jeden Fall extrem lange, bis das Ding dann tatsächlich geradeaus fährt. Also es ist wirklich, äh... dann auch relativ kompliziert, dann so ein Ding zu steuern. Und, äh... momentan ist es so, dass es, äh... seine Lebensdauer, also die Lebensdauer, die erwartet worden ist, also die geschätzt Lebensdauer, um, um Vielfaches übertroffen. Es hat zwar technische Probleme, in, äh... Form von, äh... dass ein Hinterrad blockiert ist, also die fahren jetzt momentan mit, äh... drei Rädern rum, was natürlich die Steuerung sehr stark einschränkt, aber... Nee, oder? Sag bloß, ich hab alle Äxte. Ah, nee, ich hab noch zwei Äxte. Ich hab jetzt wirklich gedacht, dass ich viel eher auf irgendwas stoßen werden. Aber ja, sehr interessant, wirklich, also sowas interessiert mich brennt. Ja, weil das ist ja so diese Urfragen, die so die Menschheit schon seit Anbeginn hat, ähm... Woher kommen wir? Was, äh... Warum sind wir hier? Was... Wie ist die Erde? Wie ist das Universum und so weiter entstanden? Und, äh... All diese Machenschaften sind ja eigentlich nur dazu da, um diese Fragen zu beantworten oder... um weitere Antworten. Ich glaub, eine endgültige Antwort wird man auf diese Fragen niemals erhalten. Beziehungsweise vielleicht reicht unser Gehirn nicht aus, das zu verstehen, weil... stelle ich mal einen Fisch im Aquarium vor, ja? Wir sind die Fische und das Universum ist das Aquarium, ja? Wir begreifen jetzt vielleicht nicht, warum wir in diesem Aquarium sind. Vielleicht werden wir auch nur beobachtet, ne? So wie wir das im Prinzip auch machen, ne? Wir machen Fische ins Aquarium rein, füttern sie, beobachten sie ein bisschen, machen ein kleines Mini-U-Boot rein per Fernsteuerung und ärgern sie oder so. Das sind dann wahrscheinlich die Naturkatastrophen auf unserer Welt. Ähm... Aber ein Fisch... Man könnte einen Fisch niemals erklären, dass... Es hat keinen Sinn, dass ihr in diesem Aquarium seid. Ihr seid einfach nur da als... als Haustiere. Wir würden euch gerne beobachten, wir würden euch gerne füttern, euch gerne versorgen. Dieselbe Geschichte mit einem Hasen zum Beispiel in einem Käfig. Er begreift es nicht. Es kommt immer Essen nach, es wird ab und zu gestreichelt, dann wird das Käfigtürchen wieder zugemacht. Oh, wir haben Eisen gefunden. Also das ist ja wirklich ein fettes Erfolgserlebnis. La, 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 la. Eisen. Sehr schön. Oh. Noch mehr Eisen. Eisen. So. Das ist jetzt natürlich meine Konzentration komplett weg, wenn ich hier Eisen sehe. Nach so viel Stein hat man echt irgendwann keinen Bock mehr. Komm, buddeln wir mal in die Richtung. Ich denke, wir sind nicht mehr arg weit. das Problem ist, ich hätte mir vielleicht auch noch ein paar Fackeln einpacken sollen. So. Das geht natürlich ein bisschen schneller. Hier mit Gravel. So. Was schaut ihr denn so gerne im Fernseher? Fernsehen. im TV. Also das sind so meine Dinge, die ich gerne schaue. Also das ist jetzt eine Doku gewesen. Ich schaue mir natürlich manchmal Tierdokus an oder sowas, wobei mich das minimal weniger interessiert. Und ja. Also ich hoffe jetzt wirklich noch, dass wir hier zu dieser Folge auf jeden Fall noch eine Höhle antreffen werden. Hier Redstone. Und das heißt, aber das ist schon der unterste Block. Redstone ist schon mal nicht ganz so verkehrt, weil ich glaube, dann haben wir so langsam die Höhe erreicht, wo auch Diamanten und so weiter sind. Wobei Diamanten ich noch nicht abbauen kann, weil wir dazu eine Eisenachst benötigen. Habe ich natürlich noch nicht. Können uns aber theoretisch schon eine craften von den Materialien her. Aber ich glaube, so sinnlos ist das hier jetzt hier auch nicht das rumbuddeln, weil wir die Steine jetzt erstmal... Wow, habe ich gehört. Alter Schwede, ich habe gedacht, das wäre Lava. Jetzt ruhig bleiben. Wörlin. Ganz ruhig bleiben. So, ich glaube, es ist noch dunkel. Ich höre da irgendwie Skeletons. Ah ja, es ist hell. Wunderbar. Aber wir zücken mal lieber das Schwert. Lieber das Schwert schon mal zücken, weil ich höre hier Geräusche, die eventuell Unheil mit sich bringen. Aber nein, ich kann nichts sehen. Okay. Da vorne ist es das erste Schaf. Das nehmen wir direkt mit. Schauen, ob hier direkt vielleicht so eine Schafsfamilie ist, die wir direkt ausrotten. können. Weil prinzipiell reichen mir jetzt auch drei Wolle. Erste Wolle. Oh. Zweite Wolle. Zweite Wolle. Zweite Wolle. Zweite Wolle. Was ist hier los? So viele Federmäuse ist hier. Eine Höhle in der Nähe. Ach du Scheiße. Wow. Da ist ja eine Höhle. Ja, 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 ja. Komm. So, wir haben jetzt zwei Wolle. Eine Wolle brauche ich noch. Und dann ist alles okay. Da vorne. Komm. Das Schaf da hinten. Ich wollte es erst verschonen, weil es so schön nah an unserem Grundstück ist. Ich habe kurz gedacht, vielleicht fange ich es ein und werde es einzäunen bei mir. Aber nee. Ich will kein Risiko eingehen. Wir werden es jetzt leider töten müssen. Es tut mir leid. An alle Tierschützer, die das sehen. Es hat mir auch sehr weh getan. Es zu vernichten, aber es musste leider sein. Ah, ma, 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 ma. Bam, bam, bam. Oak Sepplein zweimal und einmal Seeds. Wunderbar. Ach nein, es wird dunkel. Das freut mich. Wir können direkt Bücherregale machen. Verzauberungskacke hier. Es ist direkt so viel Shuglecane vorhanden. Das ist wirklich eine schöne Sache. So viel Shuglecane da ist. Kommt noch ein zweites Seed, weil das ist ja wirklich extrem wenig. Ich brauche Seeds. Seeds, Seeds, Seeds. Eine Kartoffel wäre natürlich auch nicht schlecht, aber weiß es nicht. Ein Seed, ey. Nee, das ist wirklich... Okay, wir gehen. Oh mein Gott, alles voll. Alter, Alter. Hau ab. Hau ab. Alter. Okay, wisst ihr was? Dann machen wir jetzt was anderes. Wir werden das Dach fertigstellen. Tipp, 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 tipp. Damm, 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 damm. Hallo, wie geht es dir? Möchtest du rein? Hast du Bock, ein bisschen Kaffee zu trinken? Jetzt fühle ich natürlich live, weil ich nichts zu essen habe. Wie viele Seeds haben wir? Wir haben ein Seed. Das heißt, zur nächsten Tageszeit müssen wir ganz dringend, ganz, ganz dringend rausgehen und ein bisschen was sammeln. Naja. Es ist wieder mittlerweile dunkel. Wir schauen hier total verängstigt hier aus unseren Sprossen, aus den Türsprossen. Die Welt ist voller Gefahren. Wir legen uns jetzt schlafen in unser nicht vorhandenes Bett. Muss ich jetzt gleich noch craften. Komm, das machen wir jetzt noch schnell. Stimmt, das mache ich eigentlich, Alter. Ich kann doch die Tageszeit herbeirufen mit einem Bett. Nichtsdestotrotz werden wir jetzt die Folge dennoch beenden. Nämlich bei einem schönen Nickerchen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Walin. Pew!